Es ist schon Nacht geworden, wie schnell mit Freunden so die Zeit vergeht. Schon viel zu spät. Ich muss früh raus am Morgen und weiß, dass ich nicht länger bleiben darf. Ich brauch meinen Schlag. Doch als die Tür im Schloss fällt und ich zur U-Bahn lauf, da fällt mir etwas gegenüber auf. Der Schatten steht am Fenster, im Dämmerlicht der Nacht. Wie leicht ist er gerade einsam und alleine aufgewacht. Wir schauen uns in die Augen, viel mehr erkennt man nicht. Doch auf einmal trägt die Sehnsucht sein Gesicht. Ich würd gern innehalten und noch ein bisschen seinen Umriss schauen. Ist das ein Traum? Könnt ich den Kopf ausschalten? Würde ich mal klingen, um ihn ganz zu sehen? Stimmt, ist er schön? Hey, was passiert denn mit mir? Was macht mich so verwirrt? Mehr als ein Blick ist doch noch nicht passiert. Der Schatten steht am Fenster, im Dämmerlicht der Nacht. Wie leicht ist der Herr gerade einsam und alleine aufgewacht. Wir schauen uns in die Augen, viel mehr erkennt man nicht. Doch auf einmal trägt die Sehnsucht sein Gesicht. Und seit die Tür im Schloss fällt vor zwei Minuten los, ist in meiner Fantasie der Wahnsinn los. Dein Schatten steht am Fenster, im Dämmerlicht der Nacht. Wie leicht ist der Herr gerade einsam und alleine aufgewacht. Wir schauen uns in die Augen, viel mehr erkennt man nicht. Doch auf einmal trägt die Sehnsucht dein Gesicht. Dein Schatten steht am Fenster, im Dämmerlicht der Nacht. Dein Gesicht, wir schauen uns in die Augen, viel mehr erkennt man nicht. Doch auf einmal trägt die Sehnsucht dein Gesicht. Er schätzt die Sehnsucht dein Gesicht. Bewusst Gottesótus. Für wahrscheinlich die Rez frågor der Schatten, Warum?